Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, heute stelle ich euch das Spiel Kubitos vor. Die englische Version ist beim AEG Verlag erschienen. Den deutschen Vertrieb hat Pegasus Spiele jetzt übernommen. Das Spiel ist für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Bei dem Spiel Kubitos machen die Mitspieler ein Wettrennen. Dazu nutzen sie verschiedenfarbige Würfel. Diese Würfel haben verschiedene Eigenschaften. Und wer sich diese Eigenschaften am besten zunutze macht und natürlich auch das genügende Würfelglück hat, der geht als erster durch das Ziel und beendet das Spiel als Sieger. Wir haben hier in der Mitte den Spielplan, das Rennen, den Rennplan. Es wird empfohlen, als erstes den Rennplan verflixt und zugenäht zu wählen. Es gibt aber auch auf der Rückseite noch das Wassertreten und auf einem weiteren Spielplan stille Wasser sind tief und eine Würfellänge voraus. Die sind alle unterschiedlich und bringen dann einen notwendigen Spielspaß. Ihr seht hier also den vorgeschlagenen Spielplan, Rennplan des ersten Rennens, verflixt und zugenäht. Die Mitspieler stellen hier ihre Startspieler hin. Das ist hier diese graue Zone. Von dort aus man entsprechend dann starten kann. Auf diesem Rennplan, Spielplan, sind jetzt die verschiedenen Felder, über die die Mitspieler dann gehen und dabei dann, je nachdem wo ihr Zug endet, bestimmte Boni bekommen. Das kann Geld sein, das kann zusätzliche Schritte sein. Das ist aber etwas, wo man dann im Laufe des Spiels noch erklären kann. Die Mitspieler starten also hier, gehen also hier entlang. Und wer als erstes hier in diese graue Zone kommt bzw. überschreitet, der ist dann erst mal der Teilsieger. Das bedeutet, da wird also die letzte Runde eingeläutet. Dann ist also jeder außer dem Startspieler nochmal an der Reihe. Und wer danach das Ziel am weitesten überschritten hat, der ist dann der endgültige Sieger dieses Spiels. Dann hat jeder hier ein eigenes Spieltableau. Dort werden also die Würfel hingelegt zu Beginn einer Runde im Nachschub. Dann hier kommen die Würfel hier in die Bereitschaft, dann in den Aktionsbereich und in die Ruhezone. Jeder hat zu Spielbeginn sieben graue Würfel. Auf diesem grauen Würfel gibt es nur eine Seite, die positiv ist, nämlich mit der 1. Das bedeutet derjenige, damit bekommt man ein Geld. Und dann gibt es noch zwei dunkelgraue Würfel. Die haben zwei bedruckte Seiten, einmal auch ein Geld. Und zum anderen darf man damit eine Bewegung machen. Zusätzlich gibt es jetzt noch acht verschiedene Würfel, die man im Laufe des Spiels sich kaufen kann. Und diese Würfel haben jetzt verschiedene Eigenschaften, die wir jetzt dann im Laufe des Spiels halt nochmal durchsprechen müssen. Wie viel man bezahlen muss für so einen Würfel steht hier oben. Also der Bob, der blaue Würfel, der kostet also fünf Geld. Und hier sieht man, wie viele Seiten des sechsseitigen Würfels bedruckt sind und welche Aktionen man dann damit machen darf. Also in dem Fall der Bob, da darf man also ein Feld weiterziehen. Und dieses Symbol bedeutet, man würde sofort auch nochmal zwei Felder weiterziehen dürfen. Diese acht verschiedenen Würfel, die ich jetzt hier aufgebaut habe, sind auch ein Vorschlag für das erste Spiel. Also Spielplan verflixt und zugenäht und dann das Rennen Nummer eins. Wenn man jetzt öfters gespielt hat, kann man dann noch solche acht Würfelsorten in noch zusätzlichen sechs Rennen ausprobieren. Das sind alles Vorschläge, die man in den nächsten Rennen dann verwenden sollte. Aber wie gesagt, für das erste Rennen ist hier der Spielplan vorgeschlagen und diese acht verschiedenen Würfelsorten. Dann haben wir hier noch Geld in Form von eins und fünf und noch hier solche lila Handschuhe. Jedes Mal, wenn man so einen Handschuh bekommt, den legt man vor sein Tableau und hat dann in der nächsten Runde noch gewisse Vorteile. Die erkläre ich gleich. Dann gibt es noch hier dieses Fantableau. Da hat jeder momentan null Fans und im Laufe des Spiels bekommt man dann Fans dazu und damit auch besondere Eigenschaften, die ich dann auch noch erkläre. Der allgemeine Spielablauf ist jetzt der folgende. Jeder verschiebt Würfel aus dem Nachschub hier auf das Bereitschaftsfeld. Zu Spielbeginn darf jeder maximal neun Würfel dort hinsetzen. Hat man über die Fernkurve oder durch andere sonstige Aktionen solche Handschuhe bekommen, bedeutet das immer, dass man immer einen Würfel mehr dorthin setzen kann. Also, da wir zu Spielbeginn neun Würfel haben, werden diese Würfel alle hier rüber geschoben und dann würfelt man dieses Würfel. In dem Würfelabschnitt kann im Prinzip jeder parallel machen. In den ersten ein, zwei Runden sollte man das vielleicht aber nacheinander machen, um so ein bisschen in das Spiel reinzukommen. Also, man würfelt und darf sich jetzt die Würfel hier in den Aktionsbereich legen, bei denen ein Aktionsfeld zu sehen ist. Also, in dem Fall hätte der Spieler hier zwei Geld. Und jetzt darf jeder noch entscheiden, ob er nochmal würfelt. Das ist, solange nur eins oder zwei Würfel hier liegen, kein Problem. Dann darf man also auf jeden Fall nochmal, sollte man auf jeden Fall nochmal würfeln. Jetzt hat der Spieler nochmal eine Eins gewürfelt. Das heißt, er hat also jetzt hier schon drei aktive Würfel. Und ab jetzt beginnt der Gefahrenbereich, nennt sich das. Das heißt, jedes Mal, wenn man jetzt keine Aktionswürfel mehr würfelt, dann hat man ein Problem, nämlich insofern, dass der komplette Wurf nicht zählt. Das heißt, die Würfel aus dem Aktionsbereich kommen in die Ruhezone und die restlichen Würfel hier in das Bereitschaftsfeld. Wir können das ja mal testen. Das bedeutet, er darf ein Feld nach vorne ziehen, und zwar im Rennabschnitt. Wir sind ja momentan im Würfelabschnitt. Ich würfel nochmal. Jetzt kommt wieder ein Geld dazu. Zur Erinnerung, Geld benötigen wir, um hier neue Würfel uns später kaufen zu können. Wir würden wir noch einmal probieren. Jetzt haben wir also hier diese Situation. Es ist keine Aktionsfläche zu sehen. Jetzt wäre es also so, diese vier kommen in den Bereitschaftsbereich und diese Würfel kommen hier in die Ruhezone. Damit wäre für diesen Mitspieler die Runde zu Ende und er müsste warten, bis alle anderen diese Runde beendet haben. Nehmen wir mal an, um das jetzt fortzuführen, wir hätten jetzt hier aufgehört, dann wartet man, bis alle anderen auch ihre Würfel hier in diesem Aktionsbereich haben. Und dann kommen wir alle hier in den Rennabschnitt und wir schauen uns an, ob jemand eine Aktion machen kann. In dem Fall dürfte sich der Mitspieler jetzt um ein Feld nach, seine Spielfigur um ein Feld nach vorne ziehen und er muss in dem Fall für vier Geld irgendwelche Würfel kaufen, weil das ist das sogenannte temporäre Geld. Das Geld verfällt am Ende der Runde. Im Gegensatz zu diesem Geld hier, dieses Geld kann man auch in den nächsten Runden verwenden. Er entscheidet sich mal hier für eine Geld noch. Er bekommt den grünen Würfel und alle Würfel, die jetzt hier in dem Aktionsbereich sind, kommen jetzt erstmal in den Ruhebereich. Damit ist die Runde dieses Spielers beendet. Nachdem also alle die Plättchen auf den grünen Würfelabschnitt gedreht haben, beginnt eine neue Runde. Wir dürfen jetzt hier die Bereitschaftsfeld wieder auffüllen, auf maximal neun, ist jetzt hier im Nachschub nichts mehr. Dann kommen hier die Würfel, die in der Ruhezone waren, hier auf das Nachschubfeld und wir füllen dann danach hier aus dem Nachschub auf momentan neun auf. Dazu nehmen wir natürlich auch den grünen Würfel und das sind jetzt sechs und nochmal drei graue. Das heißt, ein Würfel bleibt also im Nachschub liegen und wir würden dann also hier wieder würfeln und so weiter und so fort. Was ich noch nicht erklärt habe, ist, das ist dieser Würfel, das ist ja so der Startspielerwürfel. Der Würfel darf also zusätzlich noch mitgewürfelt werden und bringt dann entweder eine Bewegung oder ein Geld oder zwei Geld. Der wechselt auch von Runde zu Runde und darf dann von dem Runden Startspieler dann dementsprechend genutzt werden. Ich denke mir, der allgemeine Spielablauf ist jetzt soweit klar und ich mache einfach mal ein paar Runden, bei denen ich dann auch die Eigenschaften der acht verschiedenen Würfel erkläre. Bevor ich mit dem kleinen Let's Play anfange, noch zwei Dinge zum Spielablauf. Und zwar, ich hatte ja gesagt, wenn man im Würfelabschnitt würfelt und man hier im Aktionsbereich mindestens drei Würfel hat, mit denen man was anfangen kann, dann ist man in Gefahr. Und ich hatte ja auch gesagt, dass Gefahr bedeutet, wenn beim anschließenden Würfel man keine Aktionsseite oben hat, dann hat man im Prinzip gelost, dann muss man seinen Wurf, seinen Zug abbrechen. Und als Entschädigung dafür, dass man jetzt die Runde beenden muss, darf man hier seinen Spielmarker in der Fangruppe, in der Fernkurve 1 weitersetzen. Das hat den Vorteil, dass ab dem zweiten Fan man Geld bekommt, beziehungsweise im weiteren Verlauf dann Geld und diese Hände, die einem ja helfen, um den Maximalwert hier zu erhöhen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist, hier auf dem Spielplan sind rote Linien und zu Rundenbeginn schaut man, wie viele dieser roten Linien zwischen dem Mitspieler, der an der Reihe ist und dem Mitspieler, der an Platz 1 ist, liegen. Das bedeutet, wenn also jetzt gelb zum Beispiel hier wäre und blau hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, hier ist eine rote Linie und gelb wäre an der Reihe, dann dürfte er für jede rote Linie seinen Maximalwert um 1 erhöhen, also dürfte der gelbe Linie also in seinem Zug jetzt nicht 9, sondern 10 Würfel benutzen. Blau ist der Startspieler. Wir haben ja zu Spielebeginn ja nur diese 9 Würfel, den Startwürfel, den sogenannten Nase-Vorn-Würfel, darf er mitbenutzen und er würfelt. Er hat hier einen hellgrauen Würfel mit der 1, sonst leider nichts. Er darf ja risikolos nochmal würfeln, solange er unter 3 bleibt. Auch diesmal hat er nur eine hellgraue 1. Jetzt hat er eine hellgraue 1 und bei dem Nase-Vorn-Würfel einen Fuß. Er möchte aber noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen mehr, also würfelt er nochmal und hat jetzt zwei hellgraue 1en. damit lässt er es sein. Damit ist für ihn der Würfelabschnitt beendet. Er dreht auf den roten Rennabschnitt. Jetzt ist der Spieler gelb an der Reihe. Der würfelt auch. Er hat nur eine hellgraue 1 bis jetzt. dann schwarz bei dem dunkelgrauen einen Fuß und eine hellgraue 1. Er riskiert es nochmal. Ja, hat jetzt leider Pech. er hat keine Aktion oben. Das bedeutet, sein Zug ist zu Ende. Diese Würfel kommen hier in den Bereitschaftsteil und die Würfel, die vom Aktions wandern, vom Aktionsbereich in die Ruhezone. Er darf aber als Entschädigung hier auf den ersten Fanplatz. Jetzt ist der Blauspieler dran, um seinen Rennabschnitt zu machen. Da wird also immer erst geschaut, hat man irgendwelche Aktionswürfel, hat er nicht, oder kann er sich bewegen, das ist hier der Fall. Er darf sich einmal bewegen und da geht er hier auf dieses Feld, da bekommt er zwei Geld und zwar, wie ich ja schon erklärt habe, zwei Geld, die er behalten kann, die er jederzeit in seinem Zug einsetzen kann. Er hat hier fünf Geld, die er in seinem Zug verwenden muss. Er hätte also jetzt fünf plus die zwei, also maximal sieben Würfel und da schauen wir doch mal, was er denn nehmen kann und in dem Zusammenhang erkläre ich auch kurz die verschiedenen farbigen Würfeln beziehungsweise die Eigenschaften. Da haben wir für zwei Geld den Krötenköder, auf diesem Krötenköder sind zwei Seiten bedruckt, da kann man also zwei Aktionen machen, wenn die drei hier oben ist, gibt es drei Geld, ist hier dieses Aktionsfeld oben, dann bekommt er auch drei Geld, muss aber diesen braunen Würfel wieder abgeben. Dann haben wir hier für drei Geld den Mr. Sparks. Der Mr. Sparks hat zwei Seiten bedruckt und da gibt es eine Sonderart, da gibt es das gleiche, das ist also auch bei den anderen Würfeln so, da gibt es das gleiche Aktionszeichen, allerdings mit den vier Punkten. Diese Seite gilt nur, wenn die Aktion hier noch extra explizit erklärt ist, ist da nicht explizit erklärt, macht man also die normale Aktion und die ist hier, da schaut man sich an, wer in dieser Runde die meisten dieser Aktionswürfel hat und der jenige bekommt drei Geld und darf zweimal in dieser Runde eine Bewegung machen. Allerdings muss er dafür dann auch diesen roten Würfel abgeben. Dann gibt es hier für vier Geld die Karte einer geht noch. Da sind drei Felder bedruckt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man also eine Aktionsseite oben hat, groß, größer, sage ich jetzt mal. Hier würde man eine Bewegung machen können und hier gibt es ein Schild. Nehmen wir mal an, der Blau Spieler hätte hier diesen grünen Würfel gehabt und mit dieser Seite oben, dann dürfte er diesen Würfel hier zu den Würfeln, die in Bereitschaft liegen und damit nochmal einen Wurf machen und hat ja damit dann eine 50 prozentige Chance, dass da auf jeden Fall ein Treffer gelandet wird. Dann haben wir für fünf Geld den Tom, der hat auch drei Seiten bedruckt, zwei Seiten, womit man eine Bewegung machen kann und diese Aktionsseite, wenn die oben ist, dann dürfte er nochmal zwei Bewegungen machen. Die ist also ganz schön. Ja, und dann haben wir noch, weil er ja sieben Geld hat, noch hier diese Karte Lasse liefern. Die hat nur zwei Seiten bedruckt und einmal die normale Aktion und einmal die Sonder Funktion. Die ist aber hier auf dieser Karte nicht drauf. Das heißt, die zählt also genauso wie die andere. Mit dieser Aktion darf der Spieler bis zu drei Würfel, die im Nachschub liegen oder in der Ruhezone liegen, nochmals würfeln. Entstehen dabei, sind dabei Aktionsfelder oben, darf er die zusätzlich noch hier in den Aktionsbereich legen und auch nutzen. Spieler blau hat fünf Punkte, die er auf jeden Fall ausgeben muss. Dafür kaufte er sich hier einen weißen Würfel, den Tom und alle Würfel, auch die gekauften, kommen jetzt hier in den Ruhebereich. Das ist sein Zug. Damit ist auch die Runde beendet, weil Spieler gelb passen musste. jetzt ist die Runde zu Ende, der Runden Würfel wechselt, gelb ist also an der Reihe, gelb hat hier sechs Würfel in dem Spielbereit Modus, er nimmt sich die drei Würfel in der Ruhezone kommen in den Nachschub und vom Nachschub hierher, die würfelt er zusammen mit dem Nase Vorwürfel und hofft jetzt auf ein besseres Würfelergebnis er hat einen hellgrauen Eins und einen Fuß er darf ja jetzt noch risikofrei würfeln er hat diesmal ein besseres Ergebnis aufgrund seines Würfel Glücks macht er jetzt auch nicht mehr weiter die fünf Würfel kommen hier in den Bereitschaftsmodus damit ist sein Würfelabschnitt beendet und er dreht seine Karte hier auf den Rennabschnitt der blaue Spieler ist ja ein Würfelabschnitt er hat hier vier Würfel in Bereitschaft die anderen Würfel von der Ruhezone kommen hier in den Nachschub er darf auf fünf auffüllen hier hat er fünf sechs sieben acht neun das heißt ein Würfel bleibt hier zurück er hat hier dreimal Geld und hier den Tom die Tom Aktion das heißt mit dieser Aktion kann er auf jeden Fall zwei weitere Schritte gehen das möchte er auch insofern hört er auf und beendet damit seinen Würfelabschnitt jetzt beginnt für beide der Rennabschnitt gelb ist an der Reihe gelb darf zwei Felder nach vorne ziehen und gelb nutzt jetzt hier auch die Möglichkeit dass er hier die zwei Felder zieht auf den das Feld das zwei konstante Geld bringt das macht er die er ja dann auch gleich verwenden kann er hätte also damit dann insgesamt fünf Geld und er möchte auch hier diesen weißen Tom Würfel der kommt in die Ruhezone zusammen mit den anderen und damit ist sein Zug beendet er hat ja diese zwei quadratischen Geld hat er ja benutzt die kommen zurück in den Vorrat jetzt ist der Blauspieler an der Reihe er hat ja hier diese Tom Aktion das heißt er darf zwei Felder nach vorne gehen und er geht hier in diese Richtung die Wasserfelder dürfen im Normalzug nicht bewegt werden es gibt Aktionen oder Aktionskarten Aktionswürfel mit denen man auch was er betreten darf er geht also 1 2 hier in diese Richtung dann hat er 3 beziehungsweise 5 Geld er nimmt jetzt hier diese 3 Punkte die er diese 3 Geld die er auf jeden Fall ausgeben muss um sich hier den Mr. Grabs Würfel zu holen diesen roten Würfel alles kommt dann hier in die Ruhezone damit ist die Runde zu Ende der blaue Spieler wird zum Startspieler und eine neue Runde beginnt die Würfel aus der Ruhezone kommen in den Nachschub er hat in dem Spielbereich in dem Bereitschaftsfeld hat er 5 Würfel er darf also noch 4 dazu machen das heißt er nimmt hier diese 4 dazu und würfelt zusammen mit dem Startspieler Würfel er hat hier die Tom und eine graue Geldseite er würfelt dafür jetzt risikofrei würfeln dann hat er hier 2 Geld und noch 3 Geld das genügt ihm er hört auch mit Würfeln und dreht auf den Rennabschnitt um Geld ist an der Reihe die Würfel von der Ruhezone kommen in den Nachschub er hat auch 5 Würfel in der Bereitschaft darf also 4 Würfel dazu tun das sind diese 4 und er würfelt und hofft auf ein gutes Ergebnis leider nicht er hat nur ein Geld auf der hellgrauen Würfel noch ein Geld er darf ja risikofrei würfeln und hat jetzt ein bisschen mehr Glück er hat hier eine Bewegungsaktion und ein Geld und hier die Tom Aktion damit beendet er auch seinen Würfel Abschnitt und dreht auf den Rennabschnitt ich sagte ja vielleicht schon diese Aktionen mit dem Würfel Abschnitt kann man natürlich parallel machen das wird man auch ab der dritten vierten Runde dann tun damit geht das Spiel natürlich schneller in der Anleitung steht dass man auch den Rennabschnitt parallel machen kann das würde ich aber nur empfehlen wenn man vielleicht schon ein Spiel gemacht hat Blau ist an der Reihe er hat hier die Turm Aktion bedeutet er darf zweimal vorwärts gehen er geht aber nur ein Feld nach vorne weil es hier einen Boni gibt und zwar darf er hier einen seiner Würfel aus dem Spiel nehmen und da nimmt er sich jetzt natürlich hier so einen grauen Würfel aus dem Spiel die sind ja von Nachteil in seinem Set dann hat er 2 4 6 bis zu 8 Geld da nimmt er sich hier mal einen Bob Würfel das habe ich glaube ich noch nicht erklärt mit dieser Aktion darf man nach der Bewegung schauen ob in ein oder zwei Entfernungen irgendwelche Bonifelder sind und die darf man dann nutzen also er nimmt sich einen blauen Würfel für fünf und damit ist sein Zug beendet und auch die Runde eine Runde spiele ich noch gelb ist an der Reihe gelb gibt seine Würfel hier aus der Ruhezone in den Nachschub er hat vier Würfel in der Bereitschaft er darf also fünf Würfel hier dazunehmen aus dem Nachschub plus den Startspieler Würfel und Würfel er hat jetzt hier einmal zwei und zweimal ein Geld er hat jetzt drei Würfel da liegen auch der Startspieler Würfel zählt natürlich als Würfel das heißt er geht jetzt das Risiko ein eventuell zu losen ja irgendwie hat der gelbe Spieler kein Glück und muss seinen Zug leider beenden hat leider keine Aktionsfläche oben jetzt ist blau nochmal an der Reihe blau hat vier Würfel in der Bereitschaft er darf also fünf Würfel noch dazu tun das heißt eins zwei drei vier fünf und hofft jetzt mal auf ein besseres Würfelergebnis wie Geld das ist so er hat hier den roten Aktionsseite oben die blaue Aktionsseite oben und ein Geld jetzt ist er auch im Gefahrenbereich er geht aber trotzdem das Risiko ein und hofft jetzt mal dass noch mindestens eine Aktionsfläche offen ist das ist sogar noch ganz gut er hat hier zwei Bewegungs Würfel damit beendet er seinen Zug er dreht kommt jetzt in den Rennabschnitt und jetzt werden erst die Aktionswürfel abgearbeitet er hat ja hier diesen Mr. Krabs Würfel und die dementsprechende Aktion wir schauen also jetzt wer hat die meisten von diesen Würfelseiten oben das ist der blaue Spieler dafür darf er sich jetzt drei Geld nehmen und zwei Felder vorwärts ziehen dafür muss er allerdings diesen roten Würfel wieder abgeben drei Geld hat er sich genommen er darf jetzt insgesamt fünf Felder nach vorne ziehen er hat ja hier noch zwei aber vorher muss er erst die Aktion von Bob ausführen und die besagt ja dass der Mitspieler nach dem er gegangen ist schauen kann ob eine Aktion in ein bis zwei Felder Entfernung vorhanden ist das heißt er geht also jetzt erst mal fünf Felder nach vorne er geht nur vier eins zwei drei vier dann kommt er hier wieder auf ein Bonifeld mit einer Fahne und für jede Fahne die da ist darf er ein Fan Feld nach vorne gehen hier auf der Fernkurve also geht blau hier auf die eins und dann nutzt er hier diese Bob Aktion und hat hier in der Entfernung von zwei Feldern nochmal zwei Geld und die nimmt er sich jetzt schaut er wie viel Geld er hat er hat insgesamt hätte insgesamt acht Geld und für diese acht Geld nimmt er sich einen blauen Würfel den Bob für fünf Geld und einen Mr. Krabs einen roten Würfel für drei Geld also gibt er die acht Geld komplett aus und damit ist sein Zug beziehungsweise auch die Runde zu Ende ich denke mir zwar dass ihr den allgemeinen Spielablauf jetzt mittlerweile verstanden habt aber ich spiele trotzdem nochmal eine Runde rot ist der Startspieler er nimmt seine Würfel aus der Ruhezone hier in den Nachschub er hat vier Würfel in der Bereitschaft das heißt er darf fünf Würfel dazu holen das heißt er nimmt diese zwei blauen den schwarzen den roten und den weißen Würfel dazu sind insgesamt neun plus den Startspieler Würfel und Würfelt jetzt schauen wir doch mal ob diese schönen Würfel was gebracht haben er hat hier bei dem weißen Würfel einen Fuß und bei dem blauen Würfel zwei Geld und bei dem grauen ein Geld er würfelt weiter er ist sich natürlich bewusst dass er mit den drei Würfeln in der Gefahrenzone ist das ist aber nicht so schlimm er hat hier den roten Würfel auf der richtigen Seite bei dem dunkelgrauen ein Fuß und bei dem hellgrauen ein Geld damit belässt er es und ist damit im Rennabschnitt Gelb hat alle fast alle Würfel in der Ruhezone er nimmt sich neun Stück und würfelt die einen Fuß und ein Geld dann hat auch er ein bisschen mehr Glück er hat bei dem weißen Würfel die Tom Aktion und nochmal zwei Geld dabei belässt er es und er geht auch in den Rennabschnitt rot ist im Rennabschnitt jetzt betrachten wir wieder die Aktionswürfel er hat wieder hier diesen roten Würfel er ist der einzigste in dieser Runde mit dem roten Würfel darf sich also drei Geld nehmen und zweimal nach vorne gehen plus die zwei das heißt er darf vier Felder nach vorne gehen und er geht aber nur drei um hier auf diesem Aktionsfeld wieder einen grauen Würfel loszuwerden dann hätte er insgesamt sieben Geld er gibt aber nur fünf Geld aus um sich hier nochmal so einen weißen Tom Würfel zu holen damit ist seine Aktion beendet er geht wieder in den Würfel Abschnitt gelb ist nochmal an der Reihe gelb hat hier diesen diese Tom Seite oben darf also zweimal nach vorne mit und noch einen dazu das heißt drei und gelb geht also eins zwei drei hier auch auf dieses Feld und darf auch einen grauen Würfel loswerden dann hat er noch drei Geld und für diese drei Geld nimmt er sich auch mal hier so einen roten Würfel ja damit ist auch er mit seinem Zug zu Ende wir würden jetzt eine neue Runde beginnen gelb wäre der Startspieler er würde hier seine Würfel von der Ruhezone hier in den Nachschub geben könnte jetzt hier auf füllt jetzt hier auf neun auf und zwar vier fünf blau hat zwei Würfel in der Bereitschaft darf also noch sieben Würfel dazu das heißt er gibt hier die zwei weißen sind drei dann den blauen sind vier und noch den dunkelgrauen sind fünf eins zwei drei vier fünf sechs sieben und dann gibt er noch die zwei hellgrauen das heißt diese neun und damit würde jetzt wieder gewürfelt werden und so weiter und so fort das machen wir jetzt so lange und ziehen so lange mit dem Spielstein nach vorne bis der erste Spieler hier am Ziel in der Startzielzone ist dann wird die angefangene Runde zu Ende gespielt und wer danach am weitesten vorne steht beziehungsweise wenn derjenige der einzigste bleibt der im Startziel Bereich ist hat derjenige natürlich gewonnen kommt aber noch jemand zusätzlich in den Startziel Bereich oder darüber hinaus dann gewinnt derjenige der dann am weitesten vorne steht ich denke dass der allgemeine Spielablauf soweit okay ist die Eigenschaften der Würfel und auch die Eigenschaften der anderen Sets sind im Regelheft eigentlich ganz gut erklärt ich hoffe mal dass ich alles ja regelkonform euch rübergebracht habe das ist das Spiel Kubitus vom AEG Verlag im deutschen Vertrieb bei Pegasus Spiele für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren viel Spaß